Herzlich willkommen zu einem Video des Projektes OER für die Lehrkräftebildung Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Was ist eigentlich Classroom Management? Zweiter Teil. In zwei Videos wollen wir Ihnen einen guten Ansatz zur Steigerung der Qualität von Unterricht darstellen, das Classroom Management. Im ersten Teil haben wir erklärt, was Classroom Management ist und welche Relevanz es für Lehrkräfte hat. Im hier vorliegenden zweiten Teil zeigen wir nun, wie man ein gutes Classroom Management planen kann und stellen dafür die elf Kriterien von Eversen und Emma vor. Mit Anregungen und Tipps möchten wir Sie ermutigen, sich mit den Kriterien auseinanderzusetzen, diese zu diskutieren und zu hinterfragen. Unser Ziel ist es, Ihnen Classroom Management als eine Möglichkeit vorzustellen, guten Unterricht zu erreichen und wir möchten Sie anregen, Ihre eigene Lehrkompetenz zu steigern. Wir möchten Ihnen Kriterien für die Planung von Classroom Management an die Hand geben. Eversen und Emma haben 2009 elf Kriterien zur Orientierung aufgestellt. Sie unterscheiden neun proaktive sowie zwei reaktive Kriterien. An der Anzahl der proaktiven Kriterien kann man leicht ablesen, dass es beim Classroom Management vor allem darum geht, Störungen vorausschauend zu vermindern, um eine möglichst optimale Basis für die Vermittlung der Inhalte zu schaffen. Schauen wir uns die Kriterien im Einzelnen an und beginnen wir mit den proaktiven Kriterien. Erstens, Vorbereitung des Klassenraums. Jeder Wechsel fördert Störungen, aber diese können präventiv reduziert werden. Denken Sie etwa an den Wechsel zwischen verschiedenen Unterrichtsräumen oder innerhalb einer Stunde an den Wechsel von verschiedenen Methoden. Was können Sie tun, um diese störungsfreier zu gestalten? Betrachten Sie Ihren Klassenraum. Denken Sie an die Besonderheiten Ihrer Klasse und an die Rahmenbedingungen, an die Sie gebunden sind. Wodurch lässt sich störungsfreier Unterricht fördern? Manchmal reichen so einfache Dinge wie eine Tischgruppe umzustellen oder bestimmte Lernende voneinander fernzuhalten. Orientieren Sie sich nicht an den Störungen selber, sondern daran, wie Ihr Unterricht laufen soll und nehmen Sie dann die Veränderungen vor. Zweitens, Planung und Unterrichtung von Regeln und Verfahrensweisen. Verfahrensweisen und Rituale machen eine Situation für alle transparent, die Erwartungen an die Schüler und Schülerinnen sind klar formuliert und können so von diesen gut erfüllt werden. Denken Sie darüber nach, was Ihren Lernenden hilft, zu einer guten Lernatmosphäre zu kommen. Beachten Sie dabei, dass Regeln nicht nur erarbeitet, sondern auch geübt werden müssen. Nur wenn Sie auf Dauer fest in den Alltag integriert werden, haben Sie einen anhaltenden und hilfreichen Effekt. Drittens, Festlegung von Konsequenzen. Die Aufstellung von Regeln erfordert die Festlegung von Konsequenzen. Werden diese nicht umgesetzt, machen Sie die Regeln unwirksam und untergraben zusätzlich die Glaubwürdigkeit der Lehrkraft. Daher sind Konsequenzen wichtig. Suchen Sie nach Wegen, dass die Lernenden gerne mit und auch für sie arbeiten. Passen Sie Ihre Konsequenzen daran an. Denken Sie nicht nur an negative, sondern auch an positive Konsequenzen und beteiligen Sie die Lernenden nach Möglichkeit an deren Gestaltung. Achten Sie darauf, dass Sie sich mit den Konsequenzen nicht in Situationen bringen, die Sie nicht bewältigen können. Sie wollen keine neuen Schwierigkeiten schaffen, sondern das Unterrichten erleichtern. Viertens, Schaffen eines positiven Klimas im Klassenraum. Ein positives Klima in der Klasse trägt zum Wohlbefinden aller bei und steht in direktem Zusammenhang mit der Lernwirksamkeit von Unterricht. Fördern Sie die Klassengemeinschaft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines guten Klassenklimas. Gehen Sie respektvoll miteinander um und lassen Sie Ihre Lernenden ihre Wertschätzung spüren. Denken Sie ruhig auch einmal darüber nach. Fühlen Sie sich in Ihrer Klasse eigentlich wohl? Fünftens, Beaufsichtigung der Lernenden. Abgesehen von Ihrer allgemeinen Aufsichtspflicht, wenn Sie Regeln und Verfahrensweisen einfordern möchten, müssen Sie Verstöße frühzeitig registrieren, um auf Probleme reagieren zu können. Denken Sie daran, dass ein respektvoller Umgang und gegenseitige Wertschätzung Regelverletzungen reduzieren. Im Idealfall wird also diese Art der Beaufsichtigung immer weniger wichtig werden. Aber gerade zu Anfang ist Präsenz sehr wichtig. Geben Sie den Lernenden das Gefühl, Augen im Hinterkopf zu haben und bleiben Sie in Ihrer Präsenz unberechenbar. So binden Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Lernenden und diese haben weniger Zeit, sich Ablenkung zu suchen. Sechstens, angemessene Vorbereitung des Unterrichts. Nur durch angemessene und an den Bedarfen Ihrer Lernenden orientierte Vorbereitung können Sie diese effektiv erreichen und den Unterricht ohne Unterbrechungen wie beispielsweise Kopieren oder sonstigen Lehrlauf durchführen. Behalten Sie die Bedarfe der Lernenden im Blick und passen Sie Ihre Methode und die Inhalte an Sie an. Wenn Sie mehr über die Bedarfe von Lernenden wissen wollen, schauen Sie auch in unser entsprechendes Paket. Beachten Sie dabei nicht nur inhaltliche, sondern auch soziale und und emotionale Komponenten. Festlegung von Verantwortlichkeiten der Lernenden Lernenden Verantwortung zu übertragen bedeutet, Ihre Fähigkeiten anzuerkennen, Ihre Aktivierung zu fördern und Ihnen Wertschätzung zu zeigen. Integrieren Sie Ihre Lernenden in die Planung des Unterrichts und der Inhalte und geben Sie Verantwortung ab. Ermöglichen Sie es den Schülern und Schülerinnen, sich zu entfalten. Wechseln Sie doch einmal die Perspektive. Wie möchten Sie als Lernender behandelt werden und was können Sie von Ihren Lernenden lernen? Achtens Schaffung von unterrichtlicher Klarheit Klarheit ist eine Voraussetzung für die effektive Vermittlung der Inhalte und gibt Lernenden eine wichtige Orientierung. Fragen Sie sich, ob Sie selbst schon ein klares Bild von Ihrer Stunde, Ihrer Einheit oder der Thematik haben. Beachten Sie auch die vier Elemente der Klarheit. Sprechen Sie deutlich, verwenden Sie eine einfache Sprache, strukturieren Sie Ihre Inhalte sinnvoll und achten Sie natürlich auf deren fachliche Korrektheit. Diese Lernformen erhöhen erwiesenermaßen die Leistungsorientierung, die Problemlösefähigkeiten, die soziale Kooperation der Schüler und Schülerinnen und das psychische Wohlbefinden. Dies sind alles Faktoren, die einen Einfluss auf guten Unterricht haben. Probieren Sie verschiedene Lernformen mit Ihren Lernenden aus und finden Sie die, die für Ihre Lerngemeinschaft am besten passt. Wichtig ist, dass die Lernformen intensiv eingeführt werden und auch hier klare Abläufe und Regeln herrschen. Nun kommen wir zu den reaktiven Kriterien, denn in jedem Unterricht treten Störungen auf, die sich auch mit bester Planung nicht verhindern lassen. Zehntens, Unterbindung von unangemessenem Verhalten. Störungen sollen den Unterricht nicht dominieren, daher sollte schnell und effektiv reagiert werden. Je früher Sie intervenieren, desto geringer ist der Aufwand und umso leichter können Sie eine Eskalation verhindern. Und auch wenn Störungen Vorrang haben, lassen Sie sich dadurch nicht das Heft aus der Hand nehmen und bleiben Sie handlungsfähig. Haben Sie Methoden an der Hand, wie Sie vorhersehbaren, aber auch unerwarteten Störungen begegnen können. Das letzte Kriterium greift hier nahtlos an. Elftens, Entwicklung von Strategien für potenzielle Probleme. Ohne ein Handlungsrepertoire können Sie Ihren Unterricht nicht mehr aktiv gestalten und geben den Unterrichtsverlauf aus der Hand. In jeder normalen Klasse bedeutet das früher oder später Chaos. Seien Sie vorbereitet. Arbeiten Sie vorausschauend und entwickeln Sie Strategien für kritische Situationen. Dabei können Sie auch in Situationen geraten, die Sie zunächst nicht bewältigen können. Holen Sie sich Unterstützung. Profitieren Sie von den Erfahrungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Tauschen Sie sich aus und suchen Sie sich Verbündete. Zum Schluss noch einige abschließende Bemerkungen. Unterrichtsgeschehen ist sehr komplex und es gibt keine einfachen Wege zu gutem Unterricht. Classroom Management ist aber eine Methode, die erwiesenermaßen zu lernwirksamen Unterricht beiträgt. Übrigens, Classroom Management kann auch der Schulentwicklung dienen und je mehr Lehrkräfte einer Klasse oder einer Schule damit arbeiten, desto effektiver wirkt es. Wichtig ist, die Kriterien reflektiert und den Umständen entsprechend einzusetzen. Natürlich können nicht alle elf Kriterien perfekt umgesetzt werden. Schwächen an einer Stelle können aber durch Stärken an anderen Stellen durchaus ausgeglichen werden. Benutzen Sie dieses Instrument zu Ihrer Orientierung auf dem Weg zu einem Unterricht, der Ihnen Spaß macht und Ihren Lernenden eine optimale Lernzeit ermöglicht. Wenn Sie möchten, setzen Sie sich mit folgenden Anregungen auseinander. Suchen Sie sich ein Kriterium aus, das Sie in der Praxis schon beobachten konnten. Was lief gut? Was könnte man verbessern? Wählen Sie ein oder mehrere Kriterien, die Sie spontan umsetzen könnten. Wie würden Sie vorgehen? Gibt es ein Kriterium, bei dem Sie Schwierigkeiten haben, sich eine Umsetzung vorzustellen? Warum ist das so und wie könnte Abhilfe geschaffen werden? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weitere Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link und bei twillow.de unter dem Stichwort OER-Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte dieser Ansicht. Die genauen Bedingungen